So, und dann, huch, oh Gott, bloß noch nicht auf bereit drücken. Oh Gott, das will. Das will. Und dann bin ich gleich wieder da. Jo, Dörte, bis gleich. Nenn mich nicht Dörte. Dörte, Mischung aus Döner und Torte. Dörte, weil sie so gern röhrte. Irgendwie spinnt mein ganzes Ding. Mein Ding hakt heute. Oh. Das nenn ich gut. Nee. Gut, jetzt geht's. Nee, funktioniert nicht. Was ist das hier? Äh, äh, äh. Nee, bei mir ist dort nur Bildschirm schwarz. Bei mir ist der Bildschirm einfach nur blau. Nee, bei mir blinkt der immer hin und her. Das funktioniert. Ich muss nochmal rausgehen. Ja, mach was. Äh, jetzt. Äh. Jetzt geht gar nichts mehr. Ich hab das Internet gelöscht. Oh mein Gott. Es gibt Ärger mit der Regierung. Aber gewaltig. Gollfit, Task beenden. So. Gollfit wird ausgeführt, sagt er. Ja, ich weiß auch nicht. Oh. Mal gucken, was er gleich macht. Gerade ich hab Lebungen, aber da sind die Zuschauer, die furzen gerade. Ach so. Äh. So, Freunde und Chat. Nee. Da. Aydaria Lip. Lip. So, dann starte ich nochmal. Jetzt geht's ab, doch. Boah, boah. Immer ruft irgendjemand an, wenn ich hier gerade... Ähm, warte mal. Ich muss mal kurz ans Telefon gehen. Moment. Ja, ja, mach mal. Mach mal. Ich bin Alleinunterhalter. Wobei, Frau LP geht auch gerade die Treppe runter. Oh, jetzt ist sie gestürzt. Nee, doch nicht. Nee. Alles gut. So, jetzt ist sie unten. So. Hallo. Hallo. Ist überhaupt noch einer da? Äh, Kaya telefoniert noch kurz. Äh, mein Golf wird... Ich kann nicht mitspielen wahrscheinlich. Das... Hier geht gar nichts. Okay. Mein Bildschirm blinkt nur immer. Wird schwarz, blinkt... Seltsam. Ich kann nichts machen. Nee, geht gar nichts. Ja, nischt. Oder mal neu starten, eventuell. Jo, jo, hab ich schon. Ah, okay. Ich mach den ganzen PC aus. Tschüss. Bis gleich. So, da kann ich ja mal ganz kurz einstellen. Äh. Äh. So. So, so. Ja, gut. Jetzt, äh. Was ist alles alles? Auf, auf, auf. Kaya. Und eventuell. Verschluss. Äh. Ich glaub, einmal ohne... Ohne, ohne... Ärger geht's, glaub ich, nie. Und auf mir. Ja. Oh, auf dir auch noch. Zur Not, falls du einen neuen Monitor brauchst, hier unten ist auch noch einer. Falls gar nicht gehen sollte mit deinem. Würdest du mich nicht alles kaputt machen? Ist echt so, ne? Frisch, du sollst lieb und zärtlich zu seinem Monitor sein. So wie mit Cleo. Ja. Ja, gut. Virus, das war diesmal... Virus, das war es diesmal nicht. Hahaha. Bist du dir hundertprozentig sicher? Vielleicht hat sich der Virus ja trotzdem irgendwie eingeschlichen. Virus ist trotzdem... Ich hör mich, ich hör mich bei Frischus, glaub ich. Oder bei Kaya? Bei irgendwem hör ich mich. Ja, ich bin's. Ah. Kann man mich hören? Ja. Keine Sache. Gott. Ich hasse es, wenn ich mich selber höre. Ich verstehe... Ja, ich auch. Ich verstehe nicht, wie manche... Oder viele Strümer hören die gern. Also, also... Silber. Immer. Das kann ich nicht ab. Nee. Hör mal mich? Ja, klar. Klar. Ah. Hallo zusammen. Oh Mann. Hallo. Hi. Hi. Äh, äh, ähm. Soll ich dich nochmal einladen? Dann schick mir nochmal so einen Link da. So einen Link. Da ist er. Spiel starten. Achso, und ich muss ja deinen Stream wieder starten. Warte mal. Dann wär's nicht witzig. Naja, tat er doch irgendwie schon. So als Außenstehender. Stehender. Ne? Also, ich lass mich tot. Ja, du lass dich so tot, dass man sich hört. Ich komm nicht mehr raus aus dem Lachen. Nee, ich hab selten so gelacht. So, ich glaub, es geht jetzt. Wär cool. Ja, es geht. Jetzt müssen wir ja nur noch auf die Kaya Lake warten. Ja, die ist da. Oh Gott. Ja, oh Gott. Die Stream ist so krassig, da schrege ich mich jedes Mal bei. Ja, ich kann auch aus dem Wollens rausgehen. Du, mir ist das vollkommen egal. Ich brauch dich ja heute noch. Achso. Das fühle ich ja Selbstgespräche. Machst du doch sonst auch. Warum höre ich denn alles fünfmal? Weil du fünfmal der Stream aufhast? Nein. Weil's geil ist. Weil's geil ist. Hä? Was? Was denn? Okay, am PC schließe ich's jetzt mal. Ein ganzer PC-Spinne irgendwie. So, da bin ich endlich. So. Hallo. PC sagt nein. Was haben wir denn hier schönes? Kann man? Ich hör mich immer noch. Okay. Wir gehen ja nochmal weg. Hui. Aha. Uah. Nein. Da geht ein. Bleib stehen, du. Das war nicht. Eigentlich nichts Schwieriges, ne? Und das gibt's nicht. Man sieht gar nicht, wie viel Schläge man hat. Ich glaube, bei der, äh, sieht man bei den ersten Runden nicht immer. Also bei diesen Kasten Maps, glaube ich. Also ich hab mein Schläge. Ich höre mich immer noch doppelt. Wartet mal. Okay. Jetzt sieht man's. Aua. Hä? Oh. Ey, was ist denn heute los hier mit meinem PC? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hm. So, jetzt gewinne ich aber. Oh, Kaya ist tot. Oh. Ah, ne, doch nicht. Okay, so wird das nichts. Oh, hoppah. Quatsch. Die Junge war genauso beschissen da. Wahnsinn. 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 Gibt's ja gar nicht, ey. Komm schon, jetzt fall da nicht. Ach, wehe. Ging was denn? Ja. Nein, nicht du. Ich mein. Wie kann ja lautet hier. Das weiß ich noch. Nicht. Wir werden sehen. Oh, ich war so schwarz. So schwarz wie seine Seele. Und bleibt voll liegen. Warte mal, wo ist ein, wo ist ein Kaya? Ah, unter meinem Niveau. Oh, das war zu weit. Oh, das war genau richtig. Das war zu kurz. Oh. Oh. No, no. Nein. Ne, hohen tu. Ne, hohen tu. Und Kaya, was hast du Schönes gemacht am Ende Wochen? Äh, gestern erst mal 80 Waschbetonplatten geschleppt. Ach, ja, stimmt. Da waren ja die wundervollen, wunderwundervollen Betonplatten. Mh, dieser blöde... Das ist eine super, super Sache. Ne, du, da stand fest, dass wir die holen. Da stand seit Wochen fest, darum ging's nicht. Aber dieser hat nicht gesagt, dass wir die erst noch ausbuddeln mussten. So wurde da mal aus knapp einer Stunde ungefähr vier Stunden. Aber wir wollten halt auch nicht umsonst gefahren sein. Also da war das natürlich durchgezogen. Okay. Und deswegen rutsche ich jetzt hier runter. Scheiße, was ist das denn? Wo bin ich jetzt? Das ist gut, das ist gut. Bist du im Ruhr? Nee, eben nicht. Dann wurde vorbeigerollt. Aber sie kullert da gemütlich runter. So eine blöde Kuh. Wieso frisch? Das ist auch gern. Runtergerollt, langsam, gemächlich. Ja, Gott. Also wir haben gestern schön, schön, richtig einen ruhigen gemacht, ein bisschen gegrillt. Und wir tun alle leid, die gestern Waschbetonplatten schleppen mussten oder so. Auch du. Wir hatten einen schönen ruhigen gestern. Nette Leute da gewesen. Dafür gab es danach genug zu trinken, also von daher. Das ist auch gut. War ja auch turstig. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ja, wir hatten ja auch ein bisschen was. Das ist doch gut. Ich hab mir ein kleines Weinchen gekürzt. Was hast du dir? Ein Weinchen. Ein Weinchen? Eine Kiste, oder wie? Nee, so ein Fässchen. Ach so. So was gibt es auch? Ja. Weinfässer gibt es ja. Schiff? Nein. Weiß ich auch, dass es Weinfässer gibt. Juhu, what one? Ich hab Kaya gebumst. Voll hin und rein. Was? Ja, deswegen bin ich... Ist mir ganz selber irgendwie neu. Hast du das nicht gespürt, eben? Nein. Ich hab mich voll angebumst. War lecker. Ja, das stimmt, Tata. Dammit, ey. Wo geht das Rohr dahin, frag ich mich gerade. Und wie kommt man in dieses Rohr rein? Ja. Das ist hier die Frage. Na, da, das ist ja geil. Da oben drin, in dem Alm. Ja. Und der hier. Ja, voll geil. Nein. Nein. Und Kulat wieder zurück. Nobody knows. Ist da die schon drin? Ja. Ja, die einfachen, die liegen mir nicht so. Das weiß ich. Oha. Heidi ist der erste. Raria. Oha. Nein. Was war das denn? Die Folge hab ich mir gerade auch gestellt. Ich bin voll verhungert. Verhungert? Verhungert? Wer ist denn verhungert? Komm, 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 komm. Juhu. Nein. Buddy. Oh, und Kaya macht ein How-in. Oder? Jo. Nee. Ja. Da. Oh, nein. Oh, ein Frischers roll dran vorbei. Okay, das war gemein. Okay. Oh, drei Tore sturmt. Drei Tore. Wer spielt denn heute? Oh, los. Wir. Oh, ein Ufuk. Nein, nein, nein. Hey, wer war das? Oh. Huch. Nein, 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 nein. Was ist gar nicht, wo man hin muss? Uah. Da scheinbar nicht. Nope. Oh. Ich war auch zu weit. Oh, ich weiß wohin. Ich auch, glaube ich. Befürchte es. Ah. Hä? Also, oh, naja, toll. Wie kann man so... Ja. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Uh. Sie fragst, fähre ich mir jetzt auch gerade. Ach, da ganz hinten. Wie soll man das denn machen? Uh. Oh. Nein. Tschüss. Tschüss. Schabella. Oh. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Ja, war lecker, Tata. Besonders der Nachtisch. Der war super, fand ich. Ja, 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 ja. Nein. Und natürlich dran vorbei. Aber so knapp. Rollen, 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 rollen. Ah ja, gut, ist auch nicht viel besser. Wee. Nein, 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 nein. Das ist eine, das ist eine. Nee, du hast 8, ich hab 9. immerhin sind wir besser als gleichstand nahe bei dem loch das wird das wieder so eine sache ist einfach so was ist einfach das schwere ist einfach das ist so nicht schwer ich habe ich so meine probleme naja da ein hole in one zu machen war schon schwer ja das stimmt oh nein hast du schwer wie meine mutter die ist leicht fast so schwer wie das leben meiner vage ein schweres leben und noch ein gefuttert das ist doch super ich hätte davon ganzen eimer genommen jetzt geht daran doch ich habe noch schütz ich kotze gleich ich kotze gleich wohin mal gucken im strahl auch im strahl so kann man mit kürbis ja ich habe die tür offen ich muss etwas leiser glaube ich sein ja oh gott da ist eine ritze da ist wirklich eine da kann man reinfallen das war dumm na ritze ne ach so in der ritze anstatt den normalen weg zu gehen ich gehe den normalen weg weiß ich wäre schon längst drin ne aber nein er muss ja den langen weg gehen den kurzen den er muss ja schieben wollen er muss ja was muss das muss ich bin ja gar nicht mehr erstes wo muss man denn hier hin so glück hatte ich seit 85 nicht mehr gemacht sie hast du noch gar nicht gelebt kannst du so was ist das da kommt ja auch mal da ich bin ganz feucht ich habe so feuchte fingers und nein nein hier liege ich ja behindert jetzt das ist so gut und dann sowas im schaufenster war da ja stimmt was denn wir kein bier vor kann ich dadurch also nicht ja auch mal eben nach der kleinen kaya steht da noch rum das ist verschieden ja aber nur fast ihr habt schon ihr habt schon ja ja wir sind so wie viel ist denn dingens hier du kannst du kannst du kannst auch einfach durch die dinger dadurch auch durch die durch die durch die durch die kann man durch er hat trotzdem vier schläge gebraucht und durch die dinger nicht gegen die bande ja ich stehe da nur gerade etwas ungünstig ui ja der war schön der war schön ja und rein ihos mio wobei dieser abgrund da echt gemein war ne ich habe das gerade so geschafft das war glück mit zwei schlägen und dann sowas huch wieder drüber weg ja ist aber nicht schön ich habe heute noch kein zielwasser getrunken das ist das problem problem das prob das prob das ist das prob du okay ja direkt hinter mich ja ja nein okay das war etwas zu viel das war dumm heius oktus bricht wieder super hin hey super hab dich gut hingelegt ja danke natürlich an dieser scheiß ecke da fest gehangen nein 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 oh nein 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 ich habe noch nie so oft Das Wort Nein gehört. Nicht? Nee. Nicht wirklich. Oh, jetzt bin ich Letzter nach dem Ding hier. Nein! Nein, oh nein! War es schon wieder. Ein paar Mal. Ja, ja, ja. So, guck mal. Gleich auf. Jo, gleich aufs. Nein, könnte. Ah, ich verstehe. Ja. Rein da. Nein, oh, ein Meter drüber weg, wenn überhaupt. Oh. Oh. Ja, Entschuldigung. Wobei, wobei eigentlich habe ich dich ganz gut hingelegt. Ja. Würde ich behaupten. Passt schon. Oh, drin. Scheiße. Ach, verdammt er mich. Verdammte Axt. Egal, jetzt haben wir eine enge Runde hier, Luride. A papp la papp. Aber die Map ist cool. Jo, hat was. Hupser. Wenn ich hier so etwas sehen will. Ah, hier sind wir. Oh, das war knapp. Aber sehr knapp. Oh, Entschuldigung. Oh, nein. Wo war das denn? Ich. Entschuldigung. Ich. Ja, ich habe dich sehen können. Wo stehe ich denn? Ich war da noch. Wo stehe ich denn? Ja, ich bin gerade über irgendwas immer rübergehüpft. Aber hier ist ja eigentlich nichts. Das war also auch nicht platzintelligent. Ja, doch. Ja, gut, das hole ich sowieso nicht mehr auf. Darfst du dir in die falsche Richtung. Ja, ja. Wer hat denn hier eine Treppe hingestellt? Der hat mich gerade ein Leben gekostet. Ein Leben. Ja. Ich habe hier erst mal Angst, dass ich dich anbumse. Das ist nicht schlimm. Okay. Wenn du das sagst. Oh, Glückwunsch. Vier Punkte. Danke. Frau Kaya, Alter, war ein enges Ding. Ja, jetzt nicht mehr so. Doch, immer noch. Wir wollen heute tatsächlich mal ohne Zuschauer spielen. Neun Punkte. Okay, ist. Äh, 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 äh. Wieners Cloud City. Okay. Wieners Cloud. Wieners. Wieners. Würstchen. Würstchen. Ähm, ähm, Geschichte da. Äh, nee, wir haben ja nur so viele Maps. Bäh. Nee, alles, alles gut. Äh, das hatte ich, glaube ich, auch gesagt, bevor. Entweder habe ich es vergessen zu sagen oder, äh, gesagt, bevor du kannst. Ah, oh, ich konnte, ich konnte, ich konnte, ich konnte liken und einen Stern geben. Aber, äh. Das ist feitrei. Bezaubern, nächste Woche kannst du gerne wieder mitspielen. Wenn du magst und Zeit und Lust hast. Oh, das wäre bezaubernd. Also, nächste Woche kannst du gerne dabei sein. Ich bin breit. Äh, bereit. Ja, ich muss nur alles einstellen. Ach so. Dann hole ich mir mal eben was zu trinken. Ist das wieder so eine tolle Map? Machen wir was. Weiß ich nicht. Ich habe die, glaube ich, noch nicht gespielt. Haki. Zumindest ist er. Im Ferienlager. Da habe ich mir eine Klarinette inne. Nein. So, bis gleich. Oh Mann. Ja. Oh Mann. 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 Vielen Dank.